Diese Woche ist es eine Zeit für die ganz großen Gefühle. Der Besuch von Family und Fritz steht an. Überraschung. Das gibt mir auf jeden Fall nochmal viel, viel Kraft. Ein und emotionales und schönes Moment hier bei Gintel. Es war überwältigend, es war sehr, sehr schön. Heute ist die letzte Chance auf einen Job. Das ist einfach das letzte Casting. Heute rechne ich mir Chancen aus. Good job. Es geht um den Einzug ins Weltfinale. Es wäre sehr, sehr schlimm, jetzt nach Hause zu fliegen. Wir haben heute ein super aufregendes Shooting. Das ist Fechten. Der Druck steigt richtig, weil nämlich jetzt alle stark sind. Ich möchte auch nur Models ins Halbfinale lassen, die es auch wirklich wollen. Ich will das unbedingt. Man ist so kurz vor dem Ziel. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale. Ich habe dich wirklich zu 100% im Finale gesehen. Und deswegen bin ich wirklich geschockt von mir selber, dass ich das jetzt sagen muss. Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Donnerstag, 20.15 Uhr, ProSieben.